Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Mainz 05, Bundesliga 2022-2023, dritter Spieltag, FC Augsburg gegen Mainz 05, Ergebnis 1 zu 2. Startelf von FC Augsburg, Gigi Witz, Bauer, Korovilu, Utre, Utaub, Kahi, Beter, Sen, Korrezo, Iago, Exabertikel, Mayer, Du, Demirik, Jensen, Mainz 05, Startelf, Zintner, Bilhag, Leisch, Wimer, Aaron, Kor, Strach, Volkini, Univo, Pakada, Das war's von FC Augsburg gegen Mainz 05, Uhrzeit 21 Uhr 52. 2 거죠. 3 3 1 Vielen Dank.